Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und habe mir gedacht, heute jetzt erst recht. Ich bin heute da, weil ich glaube, dass wir heute als Kirche ein Unterschied sein dürfen. Freitag, meine Tochter war in der Innenstadt und hat eine sehr große Angst erlebt. Weil nach solchen Ereignissen sucht man viel mehr Hoffnung. Ich glaube, ich habe heute Hoffnung gesucht ein Stück weit. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Dass die Menschen ihre Herzen öffnen und verbunden steht. Dass Gott treu ist. Dass die Message verbreitet wird, dass wir nicht nachgeben dürfen bei der Angst. Die Freude muss über die Angst liegen. Dass die Menschen ihre Herzen öffnen.